drachen rennen bitte bitte lass mich nicht an dieser challenge verzweifeln okay bitte ich ich es es ja es war gold im ersten versuch oh mein gott danke spiel das war aber close das war close danke okay das war schon mal gut jetzt muss ich gucken ob das rückwärts auch gut wird das war schon mal gut jetzt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hätte nicht langsam wirklich sein, oh mein Gott. Ich will nicht sagen, dass das wie sie war, ich war einfach so lucky, oh, das hat gut getan nach diesen beiden Rennen, an denen ich so hart verzweifelt bin am Anfang der Woche. Danke, du warst lieb zu mir, Dankeschön, ich habe mich richtig entschieden, ja, ein perfekter Tag für ein Rennen, ich glaube das ist schon die Route, die East Rim nicht so mochte, weil das böse Vulkaner beinhaltet. Das war ein schlechter Tag. Ich weiß sie, das ist die gute Rennen. Ich weiß nicht, dass die Route vor der East Rim nicht gewarnt hat. Toll, ich habe mir ein gutes Rennen ausgesucht und dann direkt das schlechte. Das war klar. Das ging gerade halbwegs, ich muss jetzt nur zwei Sekunden Zeit finden. Ich bin sehr, sehr vorsichtig geflogen, wie man gesehen hat. So. Ich habe den Start auch nicht schön gemacht, das haben die gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob das besser war. Aber das ist nicht wichtig. Ich bin wirklich richtig. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Nein, da bin ich zu langsam, da hatte ich zu wenig Vigor. Aber der Anfang ist nicht gut. Ich muss, ich brauche irgendwas für den Anfang. Der ist hier nicht gut. Ich muss, ich brauche irgendwas für den Anfang. Ich muss, ich brauche irgendwas für den Anfang. Das wird besser. Improvement, Progress. Aber wie starte ich hier? Ich muss, ich brauche irgendwas für den Anfang. 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 Wow. Genau eine Sekunde zu langsam, das ist halt auch mal eine Punktlandung. Aber da ist der Start, der Start ist nicht sauber. Mir fehlt ein bisschen Vigor diesmal. Da fehlt mir wieder ein bisschen Vigor. Ich habe mich wieder einmal zurückgedrückt. Warte. Der Anfang, der Anfang, der Anfang. Wie soll ich den Anfang machen? Bitte, bitte, bitte. Sag das mir doch. Ich habe fast in den Vulkan reingeflogen. Das hier habe ich verkackt, jeder. Ich habe den Biederrekt verkackt. Sonst hätte das wieder drin. Da hat mir am Ende komplett der Speed für gefehlt. Ich weiß, ich habe es zwischendrin. Oh mein. Das ist ja, ich habe es gewusst. Du hast ihn jetzt rausgefährd. Ich weiß es nicht, aber es saved. Oh mein. Ah, f-f-f-f-f-f! Oh, jetzt hab ich's noch härter verkackt. Oh, da hab ich's noch härter verkackt. Oh boy. Jetzt knacken. Da hab ich den Staat verpackt. Ja, ich wusste, dass das passiert. Ich bin einfach drüber geflogen. Konzentrier dich, Alex. Konzentrier dich. Da ist wieder der gleiche Fehler. Da fehlt mir Vigor, weil ich ein bisschen verkacke mit dem Vigor-Wreck. Ein bisschen hart. Ich hatte gerade Angst, dass ich drunter herfliege unter dem Wind. Ich bin einfach drunter. Ich bin einfach drunter. Ich bin einfach drunter. Ich bin einfach drunter, weil ich dadurch wieder zurückkanzle hope. Ganzbarkast muss ich den Gold frophy sind. Nein! Der Staat. Wenn der Staat sauberer laufen würde. Ich glaube, ich muss nur noch den Staat entfliegen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu langsam, das war. Okay, war langsamer, ja? War langsamer. Ich habe das gemerkt gehabt, dass ich langsamer bin. Der ist einfach losgelaufen. Der ist einfach losgelaufen. Ich wusste, es ist eine schlechte Drachenrennen zu machen. Ja, da bin ich gar nicht gestartet. Ja, da bin ich gar nicht gestartet. Ich bin drüber geflogen. Das wäre so gut geworden. Shit. Shit, man. Guter Startwoch. Ich bin unterhergeflogen. Genau das, was ich vermute, dass etwas passieren könnte. Ich bin unterhergeflogen. Ich glaube, es war Butter Airlines. Ich bin unterhergeflogen. Ich bin unterhergemacht. Ich bin unterhergestaltung. Ja! Ja! Oh mein... Wieder so knapp. Oh... Läuft. Jetzt das Ganze nur rückwärts. Schaffst du, Alex. Schaffst du. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das habe ich auch erwartet, dass mir das passiert, regt die ersten beiden Versuche in die Rift. Ich hatte noch nie so einen vielen Stab wie gerade, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Silber, da habe ich gezögert an der Einstelle. Ja, aber das ist für das erste Mal abschließend was. Bis zum nächsten Mal. 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 Nein, ich bin gelandet. Warum? Warum so knapp? Bis zum nächsten Mal. 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 Einmal gucken. Ah, ha, ha. Hat funktioniert. Gut, der hat mich nicht zur Verzweiflung gebracht. Schatz? Kaffee? Er sagte okay. Ich habe zwei Rennen erfolgreich abgeschlossen. Ah, was mit den beiden Rennen passiert, die ich nicht auf Gold habe, weiß ich nicht. Warum flickerst du?